Wir schauen uns erstmal ein Video an und wir beginnen mit einem Video von der Wife HD. Jetzt mal ganz kurz, Leute. Eigentlich schaue ich mir keine Videos von der Wife HD an, aber ich habe es mir, obwohl ich eben mit ihm aufgenommen habe, bis zum heutigen Stream aufgespaßt. Wife hat irgendwie unter meinem Haus ein Haus gebaut und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an, Digga. Es ist das erste und letzte Mal, dass ich ein Video von der Wife hier im Stream anschaue. Jo Leute, was geht ab? Damit ich weiß, dass es abgeht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ach, Fresse, es interessiert mich. An der Stelle, wenn du das hier siehst, du kannst jetzt eh nichts mehr dran ändern. Es ist schon längst gebaut. Digga, als ob ich da jetzt nicht dran ändern kann. Bro, ich werde dich heute Abend umbringen, du Loser. Eins in den Chat, wenn wir Wife umbringen sollen, Leute. Ganz kurz, eins in den Chat, wenn wir Wife tatsächlich dafür heute Abend klatschen sollen. Ja, die Entscheidung ist an der Stelle gefallen. Lukas, let's go. Das Problem an der Sache jetzt nur, an der Stelle echt super. Ich meine, wenn es dich stört, oh Goldapfel, wenn es dich stört, kannst du ja auch online kommen. So, und es mir einmal sagen, aber wahrscheinlich auch online kommen, oder? Einfach mal checken, was wir uns hier holen. Erstmal Eisenrüstung, ne? Wir brauchen Eisenrüstung. Bro, was der alles klaut? Was ist denn? Oha, sogar Closedone, ne Magma-Block, oha. Aber Leute, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo Regen so übelstes OP-Zeugs versteckt hat. Ja, in meiner Enderkiste, du dummer Idiot. Frohe Weihnachten von Fabo. Danke an der Stelle. Was haben wir hier noch? Weiße Wolle können wir auch brauchen. Bett brauchen wir auch. Der hat einen, Digga. Werkbank, bisschen Holz. Der hat mich komplett beklaut. Das tut ja auch nicht. Einmal bitte 1-0 alle in den Chat, meine Freunde. Polizei muss gerufen werden. Alle mal 1-0 in den Chat, wir müssen Polizei rufen. Ist ja auch immer ganz cool. So, einmal holen wir Melon-Golem. Ah, das Name-Tag. Ja komm, das brauchen wir nicht. So, ein Schild. Und dann würde ich sagen, Leute, bauen wir uns jetzt einfach mal irgendwo da unten. Das Ding ist, wir müssen uns ja irgendwo so einen kleinen Geheimgang machen, wie wir runterkommen. Okay, hier ist ja dieser Brunnen, wo die ganze Zeit die Gesichter rauskommen. Ich würde sagen, hier hinter, ne? Hier kann man irgendwie mal runtergehen. Hier ist Revis Bett. Was? Machen wir schön neben Revis Bett hier. Ja, warte. Wir machen das genau hier. Was? Genau, hier machen wir unsere Geheimbase. Ja, wobei... Dämlicher Idiot. Wo könnte man das gut hinbauen, Leute? Ich überlege die ganze Zeit. Digga, wenn der jetzt wirklich hier... ...noch so viele Sachen, Lava, wie... Ach, Digga, wir bedienen uns da gleich dran. Es ist eigentlich voll mies, was wir gerade abziehen, weil Revis uns ja letztes Mal voll viel geschenkt hat. Ja, eben. Ich habe ihm gestern auch noch Sachen gegeben. Hier habe ich halt nicht weitergebaut, ne? Digga, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Boah, Leute, ich fühl's, ne? Real Talk, ich fühle es. So, okay, machen wir hier unten. Das ist so ehrenlos. Warum immer bei mir? Das ist halt so... Das haben halt schon so viele gemacht, wisst ihr? Ey, ihr müsst mir den Gefallen tun. Ich weiß nicht, ob Revi das Video hier sehen wird, weil er hat mich auf YouTube immer noch nicht abonniert. An der Stelle geht kein... Habe ich wirklich nicht, der Loser. ...einen Kuss raus. Aber sagt ihm das mal nicht, okay? Also an alle, die jetzt da sind, schreibt ihm das mal bitte nicht in den Chat und so, dass wir hier unten sind. Weil ich will hier absolut auch... ...das Revi töten. Das ist mir so, so wichtig, Leute. Ein krasses Bauen. Wir bauen jetzt hier ein bisschen aus. Machen uns hier so ein kleines Lager rein. Was ich auf jeden Fall machen will, ist Revi töten. Das ist mir... Digga. Okay. Okay, meine Freunde. Okay. I guess... The war is on. I guess the war is on, meine Freunde. Wo ist der reingegangen? Der ist unter meiner Treppe hier vorne. Na ja, okay. So, so wichtig, Leute. Da oben. Fühl ich nicht so ganz, deswegen dachte ich mir... Er will mich töten, Alter. ...ehr will mich töten, Alter. Heute und morgen können wir eigentlich noch auf ganz chillig alles machen, weil Revi ist ja noch gebannt. Also gut, wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich nicht mehr... Wie der den Bann auch noch ausnutzt, der Eklige. Ey, ich fühl's. Wir machen uns einfach eine Base unter der von Revi. Kann ich jetzt sagen, Leute. Wir gehen nochmal ganz kurz auf kleine Erkundungsvorheil. Aber normalerweise würde ich jetzt auch alles zu machen. Chat, das gibt Rache, das gibt Rache. Aber ist egal, hier kann ich eh keiner hinkommen. Leute, wir müssen jetzt die Geheimverstecke von Revi finden. Ich weiß ganz genau, dass er irgendwo hier noch Kisten hat. Hab ich nicht. Aber nicht zeigt, wo die sind. Wo sind... Ah, ist jetzt dieser Schalter für den Brunnen. Wo hat er... Wegen Evive sind die ganzen Köpfe despawned. Weil der das angelassen hat, der Wichser. Noch... Wo hat er noch Kisten? Deshalb sind die ganzen Köpfe weg. Ey, ganz ehrlich, Lukas, das ist... Das ist too much. Das muss irgendwo noch was sein. Das Problem ist, Revi... Das Grundstück ist halt so riesengroß, Leute. Es kann halt überall sein. Ey, Kollegah. Soll diese... Der Bruder hat mein Schwert. Ey. Ach, Digga, kein Bock. Muss ich mir nicht geben. Ich hab inzwischen vier Tode, weil ich letztens gemeint habe... Ah, moin. Was ist das denn, Digga? Ey. Moin, Meister. Hier fühlt man sich doch direkt wohl. Digga, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Da hab ich meinen Tode aber schon gesehen. So, wir gucken. Nein. Nein. Änderperlen sind lecker. Wo ist hier alles leer? Maschallah. Cleanstone. Ja, da ist ja eine Menge drin. Alles rausgenommen. Normaler... Ne, das war nicht mal normaler Stein. Basalt. Ach, Digga. Guck wie los der ist. Geil, damit können wir dann so Kisten... So, ganz kurz mal unten. Geht das noch schwer hoch? Ne, okay. Wir sind, glaube ich, langsam oben angekommen. Ist der dumm, der Junge. Guck mal, der hat ja überall irgendwelche Kisten drin. Hier, bam. Holen wir mal mit. Zwei Mendingbücher hat der ja auch geklaut. Sackblock schmeckt auch. Du musst ja überall nach Zeug sein. Jetzt ruf den mal ganz kurz an. Ja, bin ich rangegangen. Der ist einfach Trymax, aber ohne Zuschauer. Ja, mein Chat sagt's. Ja, was geht? Ich hab gerade mal angerufen, aber keiner reicht. Ich wollte kurz fragen, wo... Ist der Craft Attack versteckt? Weil ich's frage gerade für einen Freund, wo die Kisten sind. Dir noch einen schönen Tag. Digga, diese kleine Dumme... Das hat der aus meinem Stream gerippt. Cleanstone. Digga, der klaut doch nicht die Baumaterialien. Ey, Junge. Das ist gut aus Eisen, Leute. Oh mein Gott. Digga, was für ein Wichser. Ja. Oh. Das hätte ich hier lieber... Ey, Junge. ...finden sollen. Ah, Melonen holen wir auch mal mit. Ach, der ist so bad. Der ist so bad, der Junge. Halt's Maul. Du hast keine Freunde auf dem Craft Deck Server. Ja, ich... Der Einzige, der halbwegs okay mit dir ist, bin ich. Ja, wir machen nur gerade so eine Akku... Das ist wirklich so. Alle hassen ihn. Bis morgen. Ja. Der ist wegen mir, ist der im Projekt dabei. Und das weißt du. Lukas. Und du hast nichts an meinen Sachen verloren. Hä? Ich mach nichts an deinen Sachen. Keine Sorge. Warum fragst du mich denn... ...spark auf Phoenix? Ich lass dich bannen. Junge, ich... Ja, dann was willst du ihm schreiben? Nein, ich mache doch nichts. Er weiß... Mach ich nicht. Hat ja. Kurz im... Wenn du was machst, schneide ich dir die Finger ab. Ja, okay. Okay, wir werden ihm die Finger abschneiden. So. Er hat geschrieben, ist alles gut. Ich befolge den Befehlen von Spark. Und an der Stelle bin ich raus, ne? Digga, das ist so unfair. Imagine, euer eigener Sklave richtet sich gegen euch auf. Ich hab den groß gemacht, aufgezogen. Wie eine Mutter hab ich ihr nach meinen Zitzen saugen lassen. Hey, warte. Ich hab das nicht gemacht. Da ist ein Schild. Was steht da drauf? Hä? Oh, hier ist nochmal eine Tierrüstung. Hä? Ich raff's grad nicht, Leute. Zack. Digga, der hat so viel Eisen gestealt. Seht ihr das? Wir dürfen nicht mehr in Revi Sachen. Der Goldapfel. Wir gehen nicht mehr in Revi Sachen. Ey, Junge, das ist so belastend, Digga. Ah, nee. Wir gehen jetzt ganz normal hier runter zu uns. Zack. Zu uns? Okay, Leute. Danke an Revi. Dafür, dafür gibt's heute Abend auf die Fresse. Dafür gibt's Ärger. Dafür gibt's Ärger heute in Craft Attack. Wir werden darüber reden, Lukas.